Es ist wieder soweit. Schlager-Mix. Die große Schlager-TV-Show des deutschen Musikfernsehens macht erneut Station im Tanzlokal Korallenriff Höhenöllingen. Am 10. März 2012 könnt ihr live dabei sein. Mit dabei DJ Rally, Wolfgang Engel, Herr Wagner und Nelly Sander. Auch mit dabei Ramazzotti featuring Cortez, Sandy König, Andy Schirmer und René Ulbricht. Wir sind Sternenfänger, freie Sternenfänger. Schlager-Mix. Die Schlager-TV-Show der Extraklasse am 10. März 2012 im Tanzlokal Korallenriff in Höhenöllingen. Mit Vincent, mit Lena-Marie Engel, mit Pia Vanelli und Martin Scholz. Du machst mich atemlos. Ein Gefühl, als ob ich fliege. Moderation, Bert Silva. Und natürlich hat er auch seine großen Hits mit im Gepäck. Die Liebe meines Lebens. Das warst du für mich allein. Schlager-Mix. Die große TV-Aufzeichnung am 10. März 2012. Live im Tanzlokal Korallenriff Höhenöllingen. Mit Jasmin Prinz, Ralf Sander und mit Günter Sturm. Hand aufs Herz, wir wollen doch beide nur das eine. Seid dabei und erlebt am 10. März 2012 die Schlager-TV-Show der Extraklasse. Live im Tanzlokal Korallenriff Höhenöllingen. Eine Produktion von SR Starline und dem Tanz- und Ausflugslokal Korallenriff. Karten gibt's unter sr-starline-at-gmx.de Der Schlager-Mix. Da muss man einfach dabei sein.